Da. Oh, hallo. Was machst du denn hier so? Ich freue mich, euch zu sehen. Lebenswichtiger Nachschub. Darf ich euch einen großen Gefallen mit? Ich bin Quartier, Meister der Stadtwache. Seid unsere Beschädigte. Werden unsere Offiziere Treibholzer werden. Es soll die Proviant für die Planungstreifen direkt heute hinliefern. Okay, das machen wir. Das liegt in der Nähe, würde ich sagen. Und wo wir gerade schon so schön da dran vorbeilatschen, nehmen wir das gleich mit. Soll der mir gerade irgendwas erzählen? Ich glaube schon, aber irgendwie kam nichts an. Na gut, wird soll's. So, einmal hier runter. Achso, da. Ja, die Linie ist ganz hilfreich, muss man echt eingestehen. Da lang. So, okay. Jetzt sind wir ja am Marktplatz der Sieben Sonnen wieder mal. Hier waren wir vorhin doch schon, oder? Auktionshändler. Man kann ja handeln und Dinge einsehen und was nicht alles. Küstenkognak. Njom, njom, njom. Äh, Linie? Achso. Da ist das Nächste. Mitnehmen. Das ist noch so. Jetzt haben wir noch ein lecker Bier dabei. Aha. Und Süßwaren, ja, die braucht man ja natürlich auch. Ähm. Boah, wo schickte ich den jetzt überall hin? Aha, wieder zurück. Jetzt müssen wir die Ware abliefern. Das machen wir auch. Hm, 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 da lang. Und latsch, latsch, latsch. Ich bin ja mal gespannt, was das Spiel so am Endgame eigentlich mit sich bringt. Das macht, äh, MMOs für mich persönlich immer sehr interessant, was das Endgame so da hat. Ähm, also, beispielsweise, WoW ist halt so mein Klassiker, was, äh, MMOs angeht. Äh, war schon sehr spannend dabei, muss ich sagen. Ähm, hier, Treibholz, da wäre ja, 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 einmal rein. Hallo, guten Tag, Madame Rosine. Na endlich, äh. Ja, achso, na endlich seid ihr hier. Die Soldaten oben sind schon ungeduldig geworden. Bitte bringt Proviant nach oben. Äh, ja. Bring den Scheiß doch selber dahin. Also ganz im Ernst. Okay, also einmal direkt da hoch. Hallo, jemand da? Ähm. Was feiern die hier? Feiern die jetzt, dass ich dir was gebracht habe? Ich muss mich für den kleinen Schwindel entschuldigen, aber die von euch geretteten Brücken auf den Soldaten... Von euch geretteten Soldaten wollten, dass es eine Überraschung wird. Ich möchte euch an der Stelle noch einmal bedanken. Ohne eure... Ohne eure heldenhaften Taten hätten viele Soldaten auf der Brücke nicht überlebt. Nun, schnappt euch einen Krug und stoßt mit uns an. Ach, wie geil ist das denn? Da feiern die uns, dass wir die gerettet haben. Kann ich da mitmachen? Moment, äh... Geht das? Da muss man E-Mode... Noch davor schreiben. Äh, E-Mode. Dance. Äh, danke. Ja, alles klar. Ist egal. Gehen wir einfach mal. Geil, da feiern die erstmal für uns. Ja, finde ich sehr schön, aber ich musste trotzdem alles mitbringen, ne? Das ist ja auch ganz toll. Huch. Ach, ist der Stuhl gerade... Häh, der Stuhl ist despawned. Gruselig. Schnell raus, bevor wir irgendwelche Stühle despawnen oder respawnen. So, alles klar. Ach geil, hier wird das Haus sogar noch zu Ende gebaut. Und hier müssen wir auch rein. Also einmal runterladen. Und dann hoffen wir, dass wir die Krone wiederfinden können, die wir ja nur blöderweise verloren haben. So, weg mit euch. Aha, da ist schon wieder ein Lager. Und die Tür geht gerade sehr eklig quietschend auf. Okay, direkt nach unserer kleinen Feier steigen wir wieder hier in die dunklen Höhlen ab. Von denen, das in diesem Spiel recht viele zu geben scheint. So rum. Ich sollte nicht immer ausweichen, um mich zu verschnellern beim Laufen. Von der blöde Angewohnheit aus Terra. Falls das eine gespielt hat. Ja, 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 ja. Frist euch hier. Und... Damn. So, das ging schön in einem Rutsch. Zack. Was ist das da hinten noch? Nehmen wir mit. Zack. Ha, gut. Hab ich's mitgenommen? Ich glaube nicht. Also schön vorsichtig. Ja, und ich mach's schon wieder. Oh, ein Hexer. Bäm, bäm. Stirnhexer. Oh, da ist eine Brustrüstung gefallen. Leider nicht uns. Moooo. Mann, ooo. Ja, ausrüsten. Das geht hingegen erst mit Stufe 6. Aber ich glaub, der Dolch hier ist besser als, äh... Ich muss eigentlich nochmal ganz kurz, Moment. Äh, hier, äh... Muss er mir immer bloß den Haupthand oder die Haupthand zeigen? Welchen hab ich denn hier? Peinige in Dolch, ja, peinige in Dolch. Fünfzehn Kraft. Einundzwanzig Kraft. Ne, ist schon okay, alles. Und hier auch erst auf Stufe 6. Huch, jetzt bin ich auszusehen aufs Kuh gekommen. Oh, was? Ach, das ist sie ja. Zack, 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 zack. So, hier haben wir eine Notiz. Ah, Hilfe! Ich glaub, ich war gerade zu schnell. In Hannas Tasche befindet sich eine Notiz. Hanna, diese Abenteurer... Äh, diese Abenteurer hat uns im Gewölbe gesehen. Wir können nicht in Enclave bleiben. Ich werde meinen Anteil verkaufen und mich nach Black Lake abbegeben. Äh, bei Karlshof und den Näshern wären wir in Sicherheit. Geschrieben, Goffran. Okay. Also, der ist weg. Und dann haben wir hier noch einen Arsfresser, Dolch. Arsfresser. Plus, äh, Robustheit. Was denn Robustheit? Das wäre ja auch mal interessant, Offensive. Hier, Robustheit. Wahrscheinlichkeit mit, äh... Mit einer feindlichen Waffe durch Robustheit. Hä? Okay, blick ich nicht. 29 Kraft, 21 Kraft. Ah, ist jetzt nicht so toll. Okay. Hier sollten wir alles haben. Was ist das da drin? Was glitzert da noch so schön? Die Wölbe-Fähigkeit notwendig. Aber dahinter ist doch eine Gäste. Ach, Mannu. Na gut, dann einmal wieder raus. Und dann mal gucken, was jetzt der Nox dazu zu sagen hat. Bestimmt nichts Gutes. Immerhin haben die sich jetzt abgesetzt mit der Krone. Das ist eigentlich ziemlich uncool. Aber wer hat jetzt auch erwartet, dass ich sie gleich im nächsten Atemzug wiederhole? Eigentlich niemand, oder? So, ich würde sagen, ich gehe jetzt aber mal die Kaste hier noch schön abgeben. Und dann mache ich erst mal eine kleine Aufnahmepause und werde dann mal gucken, was ihr so zu dem Spiel sagt. Da bin ich hier sehr, sehr gespannt. Also ich hätte gerne unbedingt ein Feedback, ob ihr davon mehr sehen möchtet oder nicht. Weil sonst muss ich mir was anderes ausdenken. Aber bei mir persönlich macht es gerade sehr viel Spaß. Und ich denke, das könnte auch ein sehr interessantes Let's Play werden. Gerade wenn es dann nachher so ein bisschen weiter ins Endgame geht. Wir sind jetzt gerade mal Stufe 5 und ich tippe mal so wild in den Raum hinein. Bestimmt für 60 geht es. Das weiß ich aber nicht genau. So gar nicht genau. Also da hätten wir jetzt noch ein bisschen was zu tun. Und vor allem noch ein paar Stunden Spielspaß. Aber erstmal geben wir es hier ab. So, hier. Ich bin fertig. Hm, ich hoffe, es ist noch Black Lake gegangen. Das erklärt so einiges. Okay. Spur der Krone. Die nehmen wir immer noch mit. Sound, Kontakt, aha. Das bedeutet Ärger. Du solltest, glaube ich, jetzt wahrscheinlich vorlesen. Das ist das Reize-Dreckviertel. Nicht nur wegen dem Seeschlamm. Die Näsche haben sich offen gegen Lord Neveramber gestellt und greifen. Jeden an, der sich dem Anführer Karzoff gegenüberstellt. Und nicht zu der Loyalität verpflichten will. Ich muss langsam was trinken, merke ich gerade. Trockener Mund. Äh, wie ich erfahren habe, hat Feldwebel einen Docks. Äh, ist schon zwei seiner Leute dort vor Ort. Wenn sich Gott, wenn tatsächlich im Black Lake Viertel auffällt, äh, sollten wir frei dahin. Ja, genau, davon wissen. Sprecht am besten das mal mit ihm an. Oder sprecht das am besten mal mit ihm an. Machen wir. Gut. Ist da noch was? Nein, hat er nicht. Gut, wir sollen jetzt mit dem anderen Knitl sprechen. Aber wie, äh, ja schon angesprochen, werde ich jetzt hier erstmal eine Aufnahmepause machen. Und wir sehen uns dann einfach gemeinsam in der nächsten Folge, wenn es wieder ist. Let's Play Neverwinter. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.